Wir kommen direkt hier vor der Location. Ich fange jetzt mal an, oder? Vielleicht aber auch... Ja, der Song wird vom Publikum gesungen. Vollständig. Der heißt Na Logo, Isengard. Und das geht so. Na Logo, Isengard. Na Logo, Isengard. Könnt ihr das mal kurz machen? Na Logo, Isengard. Na Logo, Isengard. Super, immer wenn das kommt, müsst ihr das machen. Liebe Bäckerin von Ibe, wir hätten Interesse an ihrem All-you-can-eat-Früstücksbefehl. Wir wären zu dritt, alle würden essen und einer würde zahlen. Werden Sie da, werden Sie da am Start? Na Logo, Isengard. Werden Sie da am Start? Werden Sie da am Start? Na Logo, Isengard. So, dann macht ihr das. Für den Fan von euch, seit der ersten Minute. Lieber Thomas, du wolltest mich ja heute zum Essen einladen, aber ich hab nicht geschlafen und kann leider nicht. Wärst du jetzt so freundlich und würdest mir das Geld, das du eh für das Essen ausgegeben hättest, einfach überweisen. Wäre das, wäre das Adequat? Na Logo, Isengard. Wäre das Adequat? Wäre das Adequat? Da Logo, die wäre das Adequat? Wäre das Adequat? Da Logo, Isengard. Da Logo, Isengard. Hättest du vielleicht Interesse an einem Frauentausch? Ich bin zwar gerade Single, aber wir können ja sicher als Heirat schon mal tauschen Wärst du da, wärst du da, akkurat Wer ist da, wärst du da, wärst du da, akkurat Wärst du da, akkurat Wer ist da, akkurat Wärst du da, akkurat Wärst du da, akkurat So, dann macht er das Für den Fan von euch Wärst du da